Hallo und herzlich willkommen zurück im Klemmbauscheinzimmer. Ich bin der Markus, mitten aus dem Ruhrpott und das hier ist ein Zuschauer-Hall. Also zu deutsch, das hat mir ein Zuschauer zugeschickt. Was genau darin ist, weiß ich noch nicht. Die Panzerbank geklebt. Den Adressaufkleber habe ich abgemacht. Es rappelt. Machen wir da auf der Maus. Vielen Dank. Wir haben hier Megakonstruxt, Master of the Universe, GWY75 mit 188 Teilen, die Bitter One. Ist hier verklebt, also gehe ich davon aus, dass es schon mal offen war. Aber es ist ja nicht weiter schlimm. Jo. So von vorne. So von hinten. Dann werde ich das mal in den nächsten Videos aufbauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich für diese Spende, zukommen, weiß ich nicht. Vielleicht geht es auch zurück. Ich muss mal gucken. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich, dass ich das vorführen darf. Jo. Schreibt mir gerne mal in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Wie ihr das Set findet. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und ein Abo ist auch kostenlos. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo schenkt. Und bis dahin bestelle ich euch einen lieben Gruß aus dem Ruhrpott. Ich bin der Markus und wünsche euch Glück auch, wo ihr mal seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.